Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute ist mal was ganz besonderes. Ich habe vor kurzem halt den dritten Teil von Drachenzähm leicht gemacht geguckt. Das ist total cool. Auf jeden Fall möchte ich euch Figuren von Ohnezahn vorstellen. Und nicht nur von Ohnezahn und Plüschfiguren sind auch dabei. Ähm, und zwar von Ohnezahn und auch dem Tagschatten. Also, fangen wir an. Dieser hier, ich weiß nicht, ob das aus dem Happy Meal stammt. Auf jeden Fall, das ist ein kleiner Battle-Drache. Ohnezahn. Ähm, wie man sieht, hat er so coole Details, wie die Flossen und Flügel halt angemalt. Man sieht die volle Spannweite zum Verhältnis vom Körper. Also, richtig total cool. Und er hat so coole Details hier in den Augen. Und der ist richtig cool bemalt. Das ist die kleinste Figur von Ohnezahn, die ich habe. Und extrem detailliert plus Apparatur und Sattel. Also, extrem detailliert. Und hier ist Nummer 2. Das ist aus dem Adventskalender. Drache, also Dragons Adventskalender. Ähm, und hier sieht man Baby ohne Zahn, sozusagen. Ich finde ich total knuffig. Also, hier sieht man die Augen richtig gut. Die Apparatur plus Sattel ist nicht da. Das ist nämlich Baby ohne Zahn. Aber trotzdem hat er die rote Flosse. Warum auch immer. Und hier im Verhältnis zum Körper sind die Flügel recht klein. Und der Kopf recht groß. Also, mehr so Chibi-Art. Trotzdem finde ich den voll süß, irgendwie. Und hier ist auch schon Nummer 3. Wie man hier sehen kann, ist Ohnezahn recht wütend. Man sieht, dass er sich, dass er einen Buckel macht. Und damit einen Alpha darstellt. Und die Flossen hier, äh, schön blau sind. Also, äh, Flossen. Rücken, äh, Platten, blau. Und die Apparatur ist richtig gut gemacht. Der Sattel ist da. Die Apparatur für die Flosse ist auch schon. Es ist richtig total cool gemacht. Und ich finde den hier einfach richtig... Also, der ist hier in Action, wie man sieht. Deswegen sind die Flügel auch unterschiedlich groß, wie man sieht. Das ist der hier der rechte. Und hier der linke Flügel. Und hier das Logo auf der Flosse. Das finde ich auch total cool. So. Und Nummer 3 ist diese hier. Oh, die sieht man gar nicht ganz auf der Kamera. Ich kriege die auch nicht ganz auf der Kamera drauf. Ähm, Augenblick. Vielleicht doch. So, also diese Figur hier. Ähm, von ohne Zahn, die kann die Flügel bewegen. Wenn man hier drauf drückt, auf die Zacken. Den Sattel sieht man hier deutlich. Und den Kopf kann man bewegen. Wie man sieht, den Kopf kann man bewegen. Der wirkt auch realistischer von der Größe her. Außerdem kann man den Schwanz bewegen. Ähm, sorry, ich mach's mit einer Hand. Der Schwanz fungiert wie eine... Wie so ein Katapult. Äh, da gab... Die Figur gab es mit einem Schaf in der Lieferung. Aber, ähm... Ja, also... Das Schaf weiß ich nicht mehr, ob ich das hab. Jedenfalls, eines meiner Lieblingsfiguren von ohne Zahn. Ehrlich gesagt, von ohne Zahn. Äh, also der ist auch mein Lieblingsdrache. Und von daher... Also, Schuppendetail ist mega cool. Also, von daher. Bei dieser Figur... Oder sagen wir mal, Plüschfigur von ohne Zahn. Wie man's hört... Ist diese elektronisch. Aber die Details hier... Äh, sind mega... Ähm... ...dran. Hört man ja auch. Seht euch die Augen vor. Das ist so knuffig wie so ein kleines Baby. Und so sieht er von hinten aus. Und... Ja. Gut. Ähm... Kommen wir jetzt zum letzten Drachen. Und zwar... Der Tagschatten höchstpersönlich. Ähm... Sie hier... Sie hier... Sie ist von... ...der geheimen Welt. Wo ohne Zahn und sie sich kennengelernt haben. Auf jeden Fall... Ich hab sie mal gekauft. Weil ich sie einfach unglaublich hübsch finde. Und wie man sieht, ist das Fell hier auf den... Äh... Flügeln. Wie detailliert sie ist. Und sie kann mithilfe ihres Schwanzes hier natürlich stehen. Und sie hat einfach diese klassischen, super coolen blauen Augen. Und wie man sieht, ist sie auch vom Kopf her anders als ohne Zahn. Aber sie ist absolut meine Lieblingsfigur. Ich zeig's euch jetzt alle nochmal gemeinsam. Auf jeden Fall ist hier nochmal die elektronische Figur von ohne Zahn dabei. Die hier... Die hier... Und ich sag dann... Tschau! 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 Tschau!